Hallo Vlog und Happy Birthday to me! Heute ist mein Tag, nachdem gestern John S. männliche Aktivitäten dran waren, machen wir heute meine Geburtstagsaktivitäten und zwar gehen wir in die Wonder Experience. Ich weiß schon wieder eine Experience, ich bin sehr gespannt, man kann wohl hauptsächlich Fotos machen. Wir haben eben schon im Hotelzimmer Fotos gemacht, danach gehen wir in Pink Beach, das ist bei diesem Wonder Experience und trinken da einen Cocktail. Tickets für Wonder Experience haben 25 Euro gekostet, Tickets für Pink Beach haben extra nochmal 14 Euro gekostet, da war aber ein Drink schon mit drin. Wir werden es euch zeigen und danach gehen wir vielleicht heute Abend noch in die Light Show, die wir gestern nicht mehr geschafft haben und was essen müssen wir zwischendurch auch. Es wird spannend. So, wir sind jetzt hier in Amsterdam Nord und hier ist total niedlich, hier sind überall so kleine süße Häuschen, alles total putzig. Es ist halt eher so ein Vorort, war aber auch nur eine Station vor dem Hauptbahnhof mit der Bahn, also voll okay. Und wir sind jetzt auf der Suche nach dem Wonder Experience. Wir sind jetzt hier und es ist alles wunderschön pink. Was sagt der Journalist dazu mit seinem Pinkie-Tablet in der Hand? Ich bin begeistert. Leute, da hinten geht es durch die Ecke weiter und wir haben es halt einfach weiter nicht gerallt. Leute, wir passen die felsige Wand an. Passt die felsige Wand an, passt die felsige Wand an! Wir lieben die felsige Wand und ihr wisst ja, wir lieben auch felsige Bäume, felsige Dinge. In diesem Raum kommt schon eine Frau und ich hätte euch sehr gerne ein Video eingeblendet. Eigentlich soll es die Kamera ein Video von uns machen, aber leider wurde das Video irgendwie gelöscht. Ja, ist einfach kawaii ausgebrochen. Wir haben genau einen Euro und probieren jetzt unser Glück. Das hat ein Cappuccino in der Nähe gestellt und das hat ein Cappuccino in der Nähe gestellt. Auf einer Curtain-Bolke. Okay, wait, das ist der schönste Milkshake, den ich in meinem Leben jemals gesehen habe, Leute. Wir sind jetzt raus. Und, wie fanden wir es? Grandios! Jonas fand es super auf dem einen und zu reiten, alles andere fand ich ja doof. War echt ganz cool, ist halt nochmal ganz anders als das in Köln. Also man hat irgendwie in einem Raum immer mehrere Sachen zu tun. War ein bisschen voll, war ein bisschen viele Kinder, aber konnte man mal machen. Wir haben jetzt Tickets für diesen Pink Beach, finden aber den Eingang nicht. Gut, Leute, guckt euch einfach unsere Drinks an. Das sind unsere Drinks, geil, oder? So, wir sind jetzt durchgebrutzelt und geschmort und wir gehen jetzt noch in eine Lichtausstellung, weil ich das unbedingt machen will, damit wir auch was Museumskünstlerisches machen, obwohl wir eigentlich schon zu viele Drinks dafür haben. Okay, also ich habe gerade gecheckt und wir können leider nicht mehr in diese Lichtshow gehen, deswegen gehen wir jetzt in den Fondelpark weil halt auch einfach das beste Wetter ist und dann können wir das dann auch ein bisschen genießen, dass der Zeit so früh schließt und wir hier so lange gebraucht haben, hätten wir halt auch nicht gedacht. So und davon ist auch schon der erste Eingang zum Park. Hier ist wieder übelst was los, die Straßen sind voll. Okay, kannst du noch mal kurz sagen, was du gerade gemacht hast? Mitten in Amsterdam in einem Bus gelaufen und wild pinkeling. Er hat seinem Hobby wieder mal voll zu Güte getan und war hier wild pinkeln mitten im Park. Hier gibt es Strafen dafür wie bei uns, aber es ist ihm egal, weil er ist ein ruchloser Verbrecher. Dieser kleine, verrückte Papagei, den ihr da auf dem Baum seht, der hat uns einfach angegriffen. Der ist um uns herum geflogen, wir sind einfach nur auf dem Fußgängerweg gelaufen und hat uns angepiept, aber so richtig als vollster See, der hat uns angeschrien, ist dann immer weiter mir und ans Rucksack geflogen und er hat den Rucksack angeschrien. Und wir wissen nicht warum, alle Leute haben uns dann auch ein bisschen komisch geguckt, was zur Hölle der Vogel von uns will. Also wir sind jetzt hinter dem Fondelpark in einer Pizzeria Manja heißt sie und wir haben jetzt hier so wahnsinnig krasse Pizzen bekommen. Ich bin mal sehr gespannt, ob die schmecken. So, wir sind absolut vollgefressen glücklich. Wir gehen jetzt durch den Park wieder zurück in unser Hotel und dann wird nur noch gechillt, weil ich wünsche mir nichts sehnlicher in meinem neuen Lebensjahr. Sie wünschen sich nichts sehnlicher als mich. Ich darf nicht mehr zu Ende reden an meinem Geburtstag. So, ich wünsche mir nichts sehnlicher als einfach, halt die Klappe jetzt. Sag es doch einfach. Als einfach nur zu chillen, einfach mal nur Ruhe zu haben, damit endlich mal die Klappe hält. Aber das wird niemals passieren. Es wird niemals passieren. Das stimmt. So, macht ihr auch etwas aus eurem Leben. Wenn ich im Park noch was Schönes sehe, blende ich es euch ein. Ich glaube aber nicht. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder mit den Bildern von Zande. Was machen wir morgen? Fangen wir zu irgendwelchen Windmühlen? Und natürlich meine Geburtstagsparty, die ich dann nachhole mit all meinen Freunden. Das war ein echt großer Vogel. Und es hat eben übrigens voll krass ein Vogel angeschrien. Hast du gerade Vorder erwähnt? Nein. Ein kleiner Papagei ist einfach um uns herum geflogen und hat uns angeschrien. Aber wirklich richtig wild. Er hat einfach wirklich krass geschrieben die ganze Zeit. Und kam richtig nah und hat Jonas Rucksack angepiept. Und einfach... Jetzt haben wir ein bisschen Angst vor Vögeln. Hahaha. Hallo, Vlog. Dann bist du auch noch falsch rumgesucht. Warum? Nein. Ist doch richtig. Ich sehe doch meine Fresse. Ich will meine Fresse sehen. Ich sehe gerne meine Fresse. Ja, aber das musst du quer halten, das Handy. Okay, weil eine sehr weise Person hat mal gesagt, nimm ihn quer, hast du mehr. Deswegen dreh ich... Nein. Ja, bitte. Det fehlt alles in den Moment, aber ja, jkommen eine saohn. Ja, bitte. Ja, bin ich stolge. Lo Dich Gmail. Ja, bitte. Debelaje Tarafunk. Ja, nein, nein. Ich helde. Es ist eine Eule.